Ja gut, das war einer zu viel des Guten. Da hat mich jemand geröstet. Dieser blöde Magier, gell? Wo ist denn eigentlich dieser Diego gekommen? Diese faule Sau. Der lässt mich die ganze Tricks aber machen, ja? Hängt wahrscheinlich mit den Assasinnen ab. Hey Diego, wo ist der? Ah, der kämpft noch. Hör mal hin. Asam, pass auf den Bocken. Jetzt wird das. Oh, Junto. Der schlug, hör das. Du bist gescheitert. Ich glaube mal, da werden noch mehr an die Scheitern. Wo möchte er? Bleib stehen, du Hund. Geh, Hund. Hey, weg da. Jawohl. Zwei Wenger. Oh Gott. Und da ist der Magier. Da ist denn noch einer. Kannst du mal tanken? Warte, schon, gell? Nächster für mich. Weiter geht's. Warte, schick dich. Mami schicker. Bin gleich tot. Oh Gott. Vergiftet. Und schwer angeschlagen. Moment. Bauen wir gleich. Wir sind ja bestens ausgerüstet, gell. Kein Problem. Ja, was ist denn da los? Völkerwanderung. Wer ist das? Ja, wer mag denn kommen? Ja, warte mal. Wie kennt ihr eigentlich? Wer kommt denn da? Bleibt drin, Kumpel. Willst du zaubern? Pass auf. Das ist Tony ja. Ich bin doch ein Multitalent. Wir mögen. Wir brauchen Feuer. Ich glaube, was war denn das jetzt? Licht. Oh Gott. Was habe ich gemacht? Braut doch ein Licht. Meteor. Meine klingt besser. Meteor. Was ist das? Oh. Da hat ein Schlag drauf. Wow, schön. Einmal geht an. Das lassen wir reingehen. Das ist ein Bug, oder wie? Sehr gut. Diese Tippen können wir nicht drüben. Mein Vorteil. Ah, da schau her. Der schafft das. Geh mal her, da. Sog, schäpp. Ich bin ja nicht. Eine faire Chance. Da, geh weiter. Eine faire Chance. Das ist wirklich das. Und sie können wir ins Wort, das. Das können wir ins Rudeln. Mein Weg, da. Ein Elite-Krieger. Gleich da, oder? Ein Elite-Krieger. Alter. Abgemurkst. Jetzt wirst du sterben. Nein, er da. Ein tapferer Krieger. Ein Krieger der Wüste. Aber er liegt dauernd. Der Wurm wollen. Hier haben wir die anderen. Bin ich vorgekoppel. Ich bin aber zu blöd. Ein Magier. Oh Gott. Und der Magier hat mich umgebracht. Nein, ich lebe noch. Mulder. Wie der Koppelsach. Ich war ein bisschen festgefahren. Das macht wahrscheinlich die Hitzen aus. Ich lebe noch. Ich krieg's mir nicht klar. Ich bin ein Bayer. Ich kämpfe bis zum Tod. Und noch viel weiter. Und? Oh, ne Wenger. Oh, vielleicht ein bisschen ungünstig, oder? Oh, wurscht. Scheiße. Können wir die anderen Bauern. Eigentlich mit dir rauf. Nicht runter. Sag ich mal. So ein Meteor. Habe ich noch einen. Nicht, gell. Scheiße. Der war ehrlich gesagt. Gar nicht so schlecht, gell. Wie ist der? Munter als hier. Kämpfer. Geh, du Schwein. Oh Gott. Schwein. Die Schweine. Schö. Ja, was haben die? Die lauern. Du warte, dass ich viel geh. Und dann schlank ich mich zusammen. Ja, warte mal. Blitzschlag. Blitzbeschwören. Dafür brauche ich allerdings erst einmal Mana. So, Moni wird sich nichts damit zaubern. Blitzbeschwören. Badaf. Wow. Räuter. Das hat zumindest was braucht, gell? Geil. Hätte Nickmund. Moment. Noch danken. Da ist er, sagt er's. Dieser Magier. Welcher war das jetzt? Blitzschlag. Blitzschlag. Gleich nochmal. Lass mich er noch nicht. Der ist, sagt er's. Den triff ich grad nicht. Er hat schon den Sauber gezückt. Der ist sauer. Der warte grad. Können wir denn? Oh, wir sind, ha? Nicht, gell? Da darf. Hol ja, warte mal. Und rief ich schon. Da ist er. Moment. Gleich nochmal. Ich misst er echt jetzt das Zaubern, gell? Das bringt schon was. Bukrasal. Bukrasal. Ist das der Zauberer? Das können wir sehen. Warte mal. Motor tanken. Tun wir da oben auf die Null. Seht ihr's? Geht ein bisschen leichter. Und weiter geht's. Der Lassar. Oder ist er das doch, he? Der Magier. Wow. Auf jeden Fall hat's irgendwo rumgehauen. Okay, Freunde. Weiter geht's. Die Zaubererei. Zaubern für den guten Zweck. Aber Gott für mich. Zaubererei. Ja, gut. Moment. Gleich nochmal. Einen trifft schon. Weck das. Der Kampf mit Zaubererei. Ist schon weg. Der Schluck hat ihn drauf. Warte nochmal. Wow. Nerosul. Mal passen. Jetzt wird er nervös. Jetzt wenn ich diesen Nerosul umzauberte, dann wird er weggegeben. Geh. Oh, nicht ganz. Warte mal. Nicht, dass mein ganzer Erfolg weg ist. Jetzt, wo ich so erfolgreich war. Beim Zaubern. Ja, wie schaut's denn aus, Kumpel. Runden geht's vor, ha? Ah, du feige Sau. Ich hätte gewonnen, der Mokrot-Kämpfer, aber nein. Ja, mal saubern. Ja, wo ist jetzt? Wer ist das? Wer ist das? Das ist eh nicht. Versorge mal, ich gebe Nachschlag. Zumindest wärst du nervös, gell? Das ist ja grob noch ein Unfall. Kumpel voll rum. Möge nicht. Oh Gott, ich muss zugeben. Freiwillig, der hat ja nicht umfallen. Da kann ich ihn verstehen. Oh, Ertefacht. Ja, sag mal. Wer kommt da raus? Das heißt, fast. Wieder zaubern. Moment, gleich noch mal. Und jetzt nehme ich noch mal. Was habe ich gehabt? Blitzbeschwören. 13 Mal noch. Respekt sage ich. Auf, ich möchte mich brüllen. Wow. Oh, gleich noch mal. Halt gerade so schön war. Seht ihr's? Und jetzt habe ich scheinbar bist du befreit. Aber wo sind meine Waffen? Oh Gott. Mein ganzer Reichtum. Scheiße. Na gut. Den hole ich mir noch. Nun wirst du sterben. Ja, schön. Der Zuben. Ah, der lebt ja noch. Der Meister aller Klassen lebt noch. Ich befürchte, dass mich der Meister aller Klassen umbringt. Alter. Dieser Zuben, der ist noch nicht dort. Moment. Mein Schnaps. Auf der Acht. Und, bisschen Mana. Nein, kein Licht. Mana brauche ich. Ja, nochmal. Aber. Vielleicht kann ich diesen Zuben einen Blitz aufs Hirn hauen. Drei tausendern aus der Kutten. Wo ist er denn? Ich sage mal, war der so schnell oder wie? Auf jeden Fall habe ich auf eine relativ unschöne Weise. Bist du befreit? Schon, oder? Ja, so. Ja, so. Man ist ja fort, oder wie? Da war es schnell gegangen. Und die Ego sind auch fort schön. Auf und davon. Schau mal, da rein. Wer denn ist da? Zuben. Schau, da ist er. Der prügelt sich mit dem Glauben. Schnell weg da. Da meine, prügelt er mich. Auch da ist er. Ja. Die Ego, das ist ganz gut. Wo einen Gegner haben wir noch? Diesen aggressiven Hund da vorne. Wo er nicht zuben. Jetzt wenn er den Jägo ablenkt. Dann tun wir ihn umzaubern. Oh. Da steht einiges ein. Schau, der darf. Bauen wir gleich. Jägo, reiß zusammen. Warte, Hilfe. Dann lasse mal den Bocke nicht. Lass das. Bisschen ablenken lassen. Und wir einhauen. Jägo, hau zu. Jawohl. In den Arsch. Auf das steht ein Zuben. Geh weiter, du guten Brunzer. Hey. Warte, mein Freundin. Er hat den Nuss, oder? Jawoll, Jäger! Und? Er ist erledigt! Leute, Gott sei Dank! Das war auf jeden Fall eine harte Nuss, gell? Es geht nicht erschweren. Ich glaube, das ist ewige Wanderer. 100.000 wird. Respekt sage ich. So, mein Kumpel. Ich meine, hat er sich verdient, oder? Jetzt habe ich. Pass auf. Großschwert. Klingenschaden 57. Oh Gott, ich hätte nicht gemeint, das ist besser. Wieder. Wieder nicht.